Werde Hoffnungsträger! Unter diesem Leitwort steht die diesjährige bundesweite Eröffnung der Diaspora-Aktion des Bonifatius-Werkes der deutschen Katholiken hier in unserem Bistum Würzburg. Schön, dass wir dieses Jahr Gastgeber sein dürfen. Es hört sich mancher fragen, Diaspora-Aktion im katholischen Unterfranken im Bistum Würzburg? Ja, auch wir sind mittlerweile Missionsland geworden. Auch hier gilt es, den Glauben neu zu verkünden. Und wie aller Arten sind die Corona-Zeiten auch Zeiten, in denen man sich bewähren kann, als Hoffnungsträger. Noch einmal neu zu entdecken, wo brauche ich Selbsthoffnung, wo kann ich anderen Menschen Hoffnung schenken, durch mein Tun, durch mein Beten, durch meinen Einsatz. Wie werde ich zum Hoffnungsträger in unserer Zeit, hier auch in unserem Bistum Würzburg? Ich würde mich freuen, wenn Sie dieser Einladung folgen, sei es durch die Teilnahme am Gottesdienst im Dom oder über TV Mainfranken oder EWTN. Und wenn Sie natürlich großzügig die Katholiken in der Diaspora mit ihrer Spende unterstützen würden. Werde Hoffnungsträger! Bitten wir den Herrn, dass er uns helfe, immer neu aus der Hoffnung, die der Glaube uns schenkt, zu leben und diese Hoffnung froh in die Welt zu tragen. Und jetzt würde ich mich wiederholfen. Vielen Dank!